Bis ins Jahr 2050 soll die Schweiz klimaneutral werden und auch auf Atomkraft soll es verzichtet werden. In den nächsten Jahrzehnten muss also zusätzlich Strom erzeugt werden, vor allem Sonnenstrom, mit grossen Anlagen in den Bergen oder dank Solarmodulen an Lärmschutzwänden. Doch da gibt es grosse rechtliche und politische Hürden. Das zeigt eine neue Studie im Auftrag der Schweizerischen Energiestiftung. Wirtschaftsredaktor Klaus Amann hat Felix Nipko, Leiter Erneuerbare Energie bei der Energiestiftung, gefragt, warum braucht es auch ausserhalb der Wohnsiedlungen Solarstromanlagen? Grundsätzlich ist das Potenzial auf Gebäuden gross genug, um den gesamten Bedarf zu decken, aber wir werden es nicht schnell genug erschliessen können. Und zwar haben wir einfach zu spät gestartet. Die Schweiz ist schwer im Hintertreffen und muss da Gas geben. Und Anlagen auf Gebäuden sind immer davon abhängig, wann man ein Gebäude saniert zum Beispiel. Deshalb, weil das eben nicht schnell genug geht vermutlich, sind wir darauf angewiesen, auch Potenziale ausserhalb von Siedlungen, sprich auf Lärmschutzwände zum Beispiel, zu erschliessen. Lärmschutzwände, ist das der zielführendste Ort ausserhalb von Siedlungen oder gibt es noch andere? Nein, das war nur ein Beispiel. Es gibt sehr viele andere Potenziale, die auch dazugehören, zum Beispiel im ganzen Landwirtschaftsbereich, also sei das anstatt Folientunnels oder sei das auch auf Stauseen oder Staumauern oder Parkplatzüberdachungen. Also es gibt hier sehr viele Möglichkeiten ausserhalb von Gebäuden, die sich gut für Photovoltaik eignen. Jetzt eben die landwirtschaftlichen Flächen, die Sie ansprechen, anstatt Folien da Photovoltaik zu montieren, das ist ja in anderen Ländern gibt es das schon, aber in der Schweiz, wenn ich richtig informiert bin, ist das noch nicht zulässig. Wie soll das geändert werden? Es braucht sicher Anpassungen im Raumplanungsrecht einerseits und einfach auch verbesserte Bewilligungspraxis. Also das muss schneller und einfacher bewilligungsfähig sein, sonst ist der Aufwand für Investoren zu gross hier vorwärts zu machen. Jetzt an solche Solaranlagen ausserhalb der Bauzonen, da besteht schnell die Gefahr, wenn man in die Landschaft eingreift, dass das auf Widerstand stösst. Bei der Windkraft sieht man das, da sind viele Projekte blockiert. Wie möchten Sie verhindern, dass das bei der Sonnenkraft ähnlich läuft? Indem man eben genau vorausschauend plant und diese Potenziale so erschliesst, dass eben keine Konflikte entstehen. Also statt wie bei der Windkraft zu warten, bis der Widerstand da ist und dann die Projekte durchboxen zu wollen teilweise, können wir hier dafür sorgen, dass wir eben nicht in die Freifläche primär gehen, sondern auf bestehende Bauten und Infrastrukturen gehen. Und dafür müssen wir diese Potenziale einfach erschliessbar machen, im Gegensatz eben zu Anlagen in der Freifläche, die dann wahrscheinlich auf Widerstand stossen würden. Sie sagen, es geht ums Tempo, es ist eine Frage der Geschwindigkeit jetzt, aber wenn man sagt, jetzt ist zwar eine Revision des Raumplanungsgesetzes beispielsweise bald möglich, das ist dann aber auf Bundesebene, man muss auf Kantonsebene das Niederschlag finden, das wird ja auch nicht schnell gehen. Reicht die Zeit? Wir hoffen es, wie gesagt, die Schweiz ist hintendrein, wir haben grossen Aufholbedarf, aber es ist technisch sicher machbar, bis 2035 die Schweiz mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Das ist wirklich nur eine Frage des politischen Willens und wenn man hier vorwärts macht, eben auch solche Hindernisse rechtzeitig aus dem Weg zu räumen, dann ist das möglich, ja. Rechtliche Hürden sind ja das eine, die Rentabilität ist etwas anderes und auch da sieht man ja in letzter Zeit, grosse Anlagen haben es schwierig, weil so wie das Marktdesign ist derzeit in der Schweiz, baut jede und jeder einfach so, dass er möglichst viel des produzierten Stroms selber verbrauchen kann. Auch da, da braucht es Änderungen, sonst klappt das nicht mit diesem Ausbau. Das ist sicher so und die Revision des Energiegesetzes macht hier schon einen ersten Schritt. Also der Vorschlag des Bundesrates sieht vor, Anlagen, die keinen eigenen Verbrauch aufweisen, bevorzugt zu behandeln. Das macht auch Sinn, weil die grosse Anlagen tendenziell günstiger sind als kleine Anlagen. Das heisst, es macht volkswirtschaftlich Sinn, hier mehr zu fördern und eben diese Anlagen auch speziell zu behandeln. Und ich glaube aber, mit dem, was der Bundesrat jetzt vorschlägt, sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange. Es braucht noch weitere Absicherungen, um diese Planungs- und Investitionssicherheiten zu schaffen, um diesen raschen Ausbau zu begünstigen. Zu Schluss nochmal die Frage, warum eigentlich so ein Fokus auf die Sonnenkraft? Wir haben ja andere erneuerbare Energieträger, Wind haben wir kurz angesprochen, aber auch Wasserkraft wäre da oder Biomasse. Also die Wasserkraft, die ist schon da, das ist der Punkt. Wir haben hier ein sehr kleines Ausbaupotenzial. Es gibt auch ökologische Hindernisse, die hier im Wege stehen. Die letzten Bäche zu verbauen, ist nicht unbedingt im Interesse der Schweiz. Dann bei der Windkraft sehen wir, wie es eben schwierig sein kann, solche Anlagen in der freien Natur zu planen. Das ist hier oft ein Problem, dass Widerstand von Anwohnern kommt oder auch von Verbänden, die sich hier wehren. Ich glaube, wir kommen hier schon auch vorwärts und die Windkraft wird auch einen Beitrag leisten können. Aber die Photovoltaik ist auch dann wieder im Vergleich zu Biomasse zum Beispiel einfach sehr günstig und weist sicher das grösste Potenzial auf in Bereichen, wo wenig Widerstand zu erwarten ist. Also ich glaube, das ist das realistischste Potenzial, das wir haben und erschliessen können. Das war Felix Nipko, Leiter Erneuerbare Energie bei der Schweizerischen Energiestiftung.